Ah, gut, da bist du ja. Es ist da was passiert. Eine Raiderbande hat einen unserer Agenten entführt. Codename Amsel. Das Interessante daran? Wir dachten, er sei bereits gestorben. Im Unterschlupf Orgister. Das Dämoner klammert sich an die vage Hoffnung, dass A. Amsel noch lebt und er uns B. sagen kann, was mit dem Züns in Orgister passiert ist. Als der Unterschlupf fiel. Also möchte sie dich auf diese sinnlose Reise schicken. Ist das wirklich eine sinnlose Reise? Wenn man zu viele Annahmen verknüpft, erhält man nur selten, was man erwartet. Ich bezweifle, dass wir mehr als eine Leiche finden. Du findest alle Details im toten Briefkasten. Raider sind nicht bekannt dafür, lebende Gefangene zu machen. Aber da du schließlich dein Leben riskierst, viel Glück. Du hast ein echtes Handwerk für das Talente. Du hast ein echtes Handwerk für das Talente. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ganz, gerade fing es an mir Spaß zu machen. Die Erektur ist geschlossen. Telefonnummer Was ist das? Das war's für heute. 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 Geschafft. Das war's für heute. 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 Ich bin... verdammt erfolgreich keine sorge Ich teste die Waffe. Dann lass mal sehen, was du so hast. Jede Waffe. Oh, du bist wieder da. Klar, ich schau's mir an. Du kannst Zahlen oder Sachen eintauschen, wie du willst. Ja, ich schau's mir an. Ich schau's mir an. Jetzt. Ich schau's mir an. 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 Nun, zumindest ist dir nichts passiert. Vielleicht hört Desdemona ja beim nächsten Mal auf mich. Hoffentlich hilft dir das bei deinen künftigen Missionen. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst... Geh davon aus, dass du da oben beobachtet wirst. Immer. Untertitelung. BR 2018